So, Hallöchen und herzlich willkommen hier beim Buddy Club mit dabei der JD und wir zocken heute ein tolles Spiel namens Smite. Hoffentlich ist es toll. Ich weiß es noch nicht. Wie picke ich denn? Und dann unten einstellen ob du Autogegenstände, Autofertigkeiten haben willst oder? Ja, will ich keine Ahnung von dem ganzen Spiel. Also falls ihr euch wundert, ich glaube wir haben beide nur das Tutorial gespielt. Das ist jetzt eine komplette Blackbox oder wie nennt man das? Ja, Blackbox oder Grüne Wiese. Wir kennen das Spiel nicht. Wir wollen uns einfach für euch blamieren. Wir spielen ja gerne Hotstar und sowas, aber das ist natürlich hier nochmal eine ganz andere Liga. Nicht so schlimm wie LOL würde ich mal sagen oder so, aber keine Ahnung. Es ist einfach blamieren. Wir spielen jetzt ein bisschen Arena und smaschen uns mit den Leuten auf der Fresse. Bis jetzt hat noch keiner geschrieben in der Lobby Noob. Außer Lolk. Das Benutzen von Reinigungsperlen entfernt negative Crowd-Control-Effekte. Danke für die Info. Interessiert mich trotzdem nicht. Verstehe gar nichts. Nein, doch. Aber was zum Teufel sind Reinigungsperlen? Kenn ich nur für die Spülmaschine. So Taps oder so. Ja, wie heißen die nochmal da? Diese komischen... Volgarte? Nein, kannst du das ist das andere Zeug? Diese Ulti-Aktivperlen an den blauen Kügelchen. Ja, ja, diese Dinger, ja, ja. Irgendwas mit C war es trotzdem. Ähm. Gongan? Ne. Ja, ey. Cookie Dent ist auch was anderes. Cookie Dent! So. So, ich habe keine Ahnung was meine Fertigkeiten tun. Auch nicht. Achso, ich kann mich schon bewegen. Ähm. Was? Drücke K. Äh... Ach, ach du Scheiße. Okay. Okay, äh, tot. Da kann ich's. Äh, Sprung. Okay, Fläche. Boden zähl, stell eine Falle auf. Äh, wachsichtiger Angriff. Greif mit Schirmlichen Angriff. Äh, 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 äh. Kann man hier schon raus? Ja, guck. Ja, wie kann man den kaufen? Oder die oder sowas? Muss man hier schon raus? Es wird gekauft automatisch, aber wir haben ja eh noch nix. Haben wir zumindest eingestellt, wir sind halt Noobs. Genau. Ich bin übrigens Hades hier, ne? Ich hab voll drauf, ne? Welche Kegel betrifft Gegner? Minions! Banana! Ah, da Gegner, hier, da Gegner. Ah, hier. Auf die Fresse. Hier da, äh, hier. Gicken. Oh, glaub ich hab hier nicht den Viech eingestellt? Woll ich auch gar nicht. Oh, ich glaub ich hab da nicht reingesollt. Okay. Kommt der da. Okay. Mana-Lager. Ja, ja. Wo ist denn hier der JD? Da ist der JD. Ach, du spielst wie immer den Hunter. Warum wusste ich das? Haha. Ja. Danke. Hier. Baff. Gekauft. Schmule der Reisende. Weitert ihr da jetzt, oder was? Keine Ahnung, ich kann's dir noch nicht sagen. Ich schieße einfach mal von der Ferne ein bisschen drauf hier. Ja. 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 Das ist halt auch ein bisschen schwierig, wenn man die Fähigkeiten noch nicht so... 100%ig gecheckt hat. Ne. Wie ist das, ne... Aufgewertet soll in der Qual. Okay. Ist hier eigentlich blasted. Ich hab das schon wieder vergessen. Ich glaub, hier gibt es, glaub ich, wirklich blasted, ja. Okay. Ähm, da ist doch... einer hier relativ alleine, den würden wir doch mal ficken können, Leute. Keine Ahnung, ich wollte es jetzt mal viel vom Mana. Was ist das mein Problem? Okay. Hat irgendwas ausgeführt, von dem ich nicht weiß, was es war. Sollen der Qual. Achso. Okay. Also es ist wirklich, äh... Erstmal noch wieder ganz anderes Kaliber, wirklich. Äh, spielt sich komplett anders. Auf jeden Fall mal aufpassen, dass diese Minions da auf jeden Fall weggewinnt werden. Äh. Ich find die Kameraführung etwas verbühren, um ganz ehrlich zu sein. Also... Im Ganzen. Wo krieg ich jetzt nochmal Mana her? Ja, wieder Bay, ist ganz normal. Ach, mal Bay dann und so. Ja, ja, okay. Ja, 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 okay. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das muss einer von den Gegnern. Ne, ich port mal kurz zurück. Ich muss mal Mana holen hier. Okay. So. Was sind wir eigentlich? Wir sind Klau, gell? Ja. Ja. Da bin ich auch mal gepflettet worden, ey. Oh, die laufen hier alle rein, ey. Die müssen die mal ein bisschen aufhalten. Ja, ja. Ich fächer hier mal rein. Ich meine, die sollen uns ruhig blättern. Ich meine, wenn sie vergessen, unsere Minions zu töten. Das ist nicht so schlimm, ey. Ja. Eigentlich. Das ist glaube ich auch gar nicht jetzt das Ziel. Also ich meine, klar, die können uns entzulten. Das macht irgendwie auch Sinn und so, aber. Zeiler. Aber. Sehr gut. Sehr schön. Wenn der so low for mich rein springt, der ist es mir schuld, Mann. schlank jetzt hat er sich da rausgedienst scheiße ich wollte uns dann auch schütteln wir machen auch mein gott hat sich was geht hat der kann aufmauern es war fast zum teufel das ist die base zurückfliegen hier hallo wieder rein hier scheiße ich hab noch richtig drauf wie man das mit den ganzen zielen und alles noch mal so richtig macht ich finde das auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig im ganzen wenn man sich daran gewöhnt hat geht es wahrscheinlich auch wieder die medaillen noch nicht so viele fields auf uns jawoll sehr nice oh shit oh shit oh shit was wird denn da hinten was soll das denn hier jetzt erstmal hier ja das da erstmal sich verpüßt ganz verschwunden ich brauche erstmal mal ich muss wieder zurück gehen auch vor allem das mal leben momentan ist noch recht ausgeglichen von den tickets her gut von den kills geht so ja wir haben drei weniger vielleicht haben wir viel weniger vielleicht haben wir viel weniger das ist egal das ist auch total dämlich dass man hier dann so solo oder zwei gegen fünf oder so kämpfen die denn da lassen wir sich doch nicht mehr wie passt da aber wir müssen einen dicken töten wir müssen einen dicken töten oh shit oh shit das wird das ist richtig fett geben der gibt mir alter alter was geht ihr ab alter was geht ihr ab ich wollte ich da eine wenige wie docks also ist immer ein trauerspiel finde ich total affig müssen halt irgendwie mal versuchen kämpfe oder so ja aber die machen nichts also die geben dem bach vor also die rennen jetzt nicht irgendwie für dich rum ich hab's mit dem mit der range irgendwie echt noch nicht er fickt sich schon wieder da alleine was soll denn das im land ein reinigen ist jetzt auch nicht heilige graal ich glaube nur dass mich das irgendwie weiter bringt einfach weiterlaufen ich hab den anfang direkt vorm tor ich hatte eigentlich ein stund rausgehauen aber der hat leider nichts gebracht also für alle die sich wundern das ist hier natürlich nicht der eigentliche spielmodus von smite ne halt wirklich nur äh arena wo kommt der denn her kleine dieser fucker oh hier minions 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 ich mach grad die minions ein bisschen auf hier so fuck eine stimmung zum aufgeben hat begonnen was nein so dumm ist doch ist doch alles theoretisch drin ist es sehr ausgeglichen klar die kills naja mein gott aber die tickets gehen doch ne das ist ja das was zählt außerdem quasi drei echt nicht nein aber also schütze 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 hat ja denn wir sind gerade mal zwölf tickets drunter Das ist jetzt noch nicht, äh... Doch, das ist, äh, das muss aufgeben. Hat keinen Taug mehr. Das lief nicht, ne? Eigentlich ist wieder flugfähig. Ach, die haben hier wieder einen dicken. Ach so, das ist das, okay. Man muss es ja mal benutzen, damit man weiß, wo es ist, ne? Die Sachen hier alle nicht kennen. Ich meine, denen ihre Tickets ticken als runter. Also, so schlecht ist das doch alles gar nicht. Die sind jetzt alle so low, ne? Dann müsste die halt echt mal runter kriegen, aber hier sind halt auch Minions. Ich weiß nicht, dass die hier rein rennen. Ja, ich hab die gekillt. Ich war ja auch da dran. Ah, äh... Mal reinjumpen, ne? Ach so, da ist ein Turm. Okay, man kann da nicht zu weit ran. Ja, da rennen jetzt erstmal schön ein paar Minions rein. Ich hab grad... Wenn ihre Falanski geht. Hahaha. Kann da gehen, ne? Ja, und schon haben wir nämlich wieder mehr Tickets als die. Ja. 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 Jetzt kommen die alle. Ach ne? Was ist da? Wir haben doch einen Heiler dabei. Okay. Oh shit! Der Huren soll mir das... Alter! Alter! Boah! Boah! Ist hier weg. Erstmal schnell Leben holen hier. No life. Mana ist gar nicht mehr so mein Problem, ehrlich gesagt. Ja, meinst schon, du? Ich hab ja auch wieder ziemlich viel Space mit. So, hab ich einen. Zweiten auch. Jawoll! Da war die alles last. Jetzt hab ich gut mitgeholfen, ja? Ja, 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 ja. Aber tot ist tot. Die ist ja egal. Alles... Ist halt Teamspiel hier. Guck, da hast du dein Key. Läuft doch. Da laufen wir tatsächlich mit den jetzt durch hier. Laufen sie alle rein. Alle laufen wir rein. Ja, ja. Oh shit! Oh shit, Mama! Oh shit! Ach, verkackt. Beepa! Wenn man sowas hat, ist das gut, ja? Oh, Item, ne? Ähm... Ich hab das Zeug nicht. Oh ne! Oh ne! Alter, ne! Oh, stopp! Oh shit! Alter, alter! Boah, was geht mit dem? Der Typ ist echt krass! Der kommt so tief, ey! Der kommt so tief, ey! Sieht und vernichtet! Ja, definitiv, ey! Oh shit! Oh shit! Ich mein, von den Kills haben wir halt weitaus weniger. Zehn Stück mittlerweile. Aber das findet ja keine Rolle, solange wir die Tickets hochhalten. Ja, die Gegner, da sind wieder ordentlich welche reingelaufen. Ich hab, ich weiß nicht, aber irgendwie kriegen wir es halt besser hin, die äh... Oh! Oh scheiße! Ähm... Die Dings zu machen, ne? Die Minions. Ja, noch. Ja. Wer weiß, wie lang das noch hält. Ich hab ein paar wieder weggekillt, schon direkt da vorne. Da brauchen die erst gar nicht hier ankommen. Ja, wir ficken hier hinten. Oh, danke! Oh shit! Ja, das war klar. Unterstützt. Nützt mir auch nichts, wenn die tot sind. Oh scheiße! Oh scheiße! Nee, ich schaffst du nicht. Nee! Ich hätt einfach weggehen sollen. Ja. Oh, da kommt jetzt ein dicker. Oh shit! Ist der dick geduld? Nee, da kommt er erst. Ach du Scheiße! Oh, den kriegen wir platt. Ja. Komm du Sau! Yeah! Friss! Heckgeführt hier! Ah, Alter! Dann werden wieder weniger Minions irgendwie. Also weniger Tickets. Ja, das ist das grad nicht so geil, ne. Aber es hält sich noch einigermaßen in Grenzen. Uff. Ich hab Halt. Oh, cool. Weiß doch nicht wie, aber ich hab einen getötet. Komm jetzt her. Arschloch. Scheiß. Okay. Aufräumen hier. Hoffentlich erstmal wieder durch die ganzen Dinger. Sehr gut. Sehr gut. Alles schön rein. Alles schön rein da. Jawoll! Oha! Oha! Keiner, komm. Krieg mal. Ah, jetzt kommen sie wieder alle. Hm. Wir sollten zurück, ey. Ach, Kacke! Boah, ich fand doch, ich hatte doch eigentlich rechtzeitig zur Seite gedrückt, ey. Ey, ich nicht, leider. Ich stand halt genau in dem Moment drin. Oh, Scheiße. Oh, jetzt zerbäschen sie uns aber gerade, ey. Alter. Oh, shit. Jetzt hab ich schon mich wieder. Ach, Kacke! Ich räche dich. Sehr gut. Jawoll! Der ist aber auch close. Das ist schon sehr intensiv, ja. Ja, jetzt sieht's aber gar nicht gut aus. Jetzt suche ich da bei uns irgendwie weg. Scheiße, ich bin blockiert. Oh, shit! Kacke. Musik fängt an treibend zu werden. Ja, es ist ja auch 40 zu 42. Das Ende hat sich. Naja. Oh, Scheiße, das wäre egal. Wir müssten halt jetzt, wir müssten halt jetzt den ganzen Scheiß blockieren. Oh, nein, 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 nein. Und schon. Jawoll. Fick dich mit deinem scheiß Wirbel. Spam. Boah, ich muss kurz, kurz recken, ich will jetzt nicht sterben. 10, 17, Alter, das wird echt eng. Achtung. Nee, das ist, das wird nix. Schade. Ich weiß gar nicht, wann welche noch durchgekommen sind, ich habe gar keine mehr gesehen. Ich glaube, das ist nicht nur, wenn die durchkommen irgendwie, habe ich so das Gefühl. Kills weiß ich gar nicht. Ja, Niederlage, Leute. Leider. Knapp war es. Also zumindestens tickettechnisch. Tickettechnisch, genau. Tickettechnisch. 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 Tickettechnisch.